Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir im Auto bleiben, bis wir erster Platz werden. Und Leute, lasst dafür gerne ein Like da und abonniert gerne kostenlos den Kanal, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht so lange rum und wir fangen auch direkt an mit dem Video. Und Leute, nur mal, so macht das Ganze nicht nach, denn bei mir ist schon zweimal der Alarm angegangen oder es könnte irgendein Unfall passieren. Deswegen macht das auch nicht nach, das ging auf jeden Fall nur zur Unterhaltung. Und ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht so lange rum und wir fangen auf jeden Fall direkt an mit dem Video. Und ja, ich würde sagen, Leute, let's go. So, Leute, auf jeden Fall bin ich hier schon mal in der Lobby und ich habe mir auch schon überlegt, welchen Brawler ich mir auswähle. Und zwar nehme ich Colt, Leute, denn Colt ist auf jeden Fall mein höchster Brawler. Und ja, Leute, nur mal so, ich bin auf den zweiten Account, dann den zweiten Account, dann auf den Main Account. Es ist halt so ein bisschen triggery, weil, Leute, ich sage es euch ganz offen und ehrlich, ich wäre jetzt fast nie erster Platz auf meinem Hauptk-Account und Solo. Aber ja, Leute, auf jeden Fall seid mir nicht böse. Ich wollte einfach mal einen zweiten Account probieren. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier schon mal in die Runde Line. Und oh mein Gott, Leute, ich habe schon Lags. Ich habe vorhin eigentlich auch ein Video aufgenommen. Ich bleibe im Auto bis ich steile Mike auf 600 habe, aber ich habe das Video irgendwie schlecht. Ich habe das so oder so nicht geschafft. Deswegen mache ich einfach mal dieses Video hier. Und ich hoffe mal, dass das Video nicht so kurz wird. Denn das Behalten ist nicht schlecht. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Mortis, der kommt. Der Mortis kommt, der Mortis kommt. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, ich sehe jetzt schon, hier sind richtig die Mortise. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ist auch mal Edgar, Leute. Ey, Alter, was geht denn hier schon mit der Ass, Leute? Ich muss aber wirklich auf jeden Fall erster Platz werden. Und ja, auf jeden Fall, da ist ein Leon, der greift gerade schon mal hier diesen Mortis an. Und der Leon will jetzt auf mich gehen. Perfekt, ey, ich liebe es. So, ja, jetzt werde ich von zwei Leuten auf jeden Fall angegriffen. Und das ist auch total kacke. Oh, lol, da unten war eine Edgar, aber die ist nicht gejumpt. Ehre. Lol, Alter, ich habe den Leon Pass. Nein, ich habe 900 HP. Oh mein Gott, wie konnte ich den denn nicht killen, Edgar? Okay, ich sehe jetzt schon mal, dass hier irgendwo ein Crow in der Nähe ist. Ich muss auf jeden Fall wirklich aufpassen, dass hier dieser Crow nicht auf mich draufjumpt. Okay, dazu oder so nicht sein Hold, das ist auf jeden Fall schon mal gut. So. Und Leute, ich habe die Star Power genommen, das wird im Schuss, also, dass es weitergeht. Weil die Star Power jetzt nicht wegkriegen ist. Oh mein Gott, Leute, es ist ganz knapp hier. Ich sage es euch, es ist wirklich gerade ganz knapp. Der Leon ist doch nicht. Lol, okay, der Leon ist tot, lol. Was? Was geht hier ab, Digga, Leute? Was geht hier wirklich gerade ab? Okay, lol, da ist eine Edgar mit 80 Hubes. Ich glaube, ich werde diese Runde leider nicht erster Platz werden. Lol. Nein, Leute, wir waren zweiter Platz und wir haben es leider nicht geschafft, erster Platz zu werden, Leute. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in eine weitere Runde rein mit Colt, bis wir auf jeden Fall erster Platz werden. Alter, wir waren einfach zweiter Platz, nur noch einen Platz, dann werden wir auf jeden Fall einfach erster gewesen. Aber, Digga, dieser Mord ist, ne, ich hätte den einfach von Anfang an töten müssen, Leute. Ich hätte ihn wirklich schon anfang an töten müssen. Okay, da sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Colt, das ist auf jeden Fall schon mal chillig, so. Und ich werde ihn probieren, mal hier direkt zu killen oder die Edgar macht das für mich, Dankeschön. Und, Alter, Leute, ich habe einfach gerade zwei Kills gemacht. Also, nicht ich, sondern ich habe jetzt einfach aus dem nächsten zwei Kills bekommen. Und hier oben war auch irgendjemand, das habe ich natürlich gesehen. Aber ich habe gerade gar nicht gesehen, wer das war, also welcher Brawler. Und Leute, ich hoffe wirklich, dass hier nicht so viele Edgar sind, denn die können einfach auf dich draufjumpen aus dem Nichts. Und die Leons, ne, die können auch unsichtbar sein und ich sehe da schon mal ein Leon, das ist auch immer total schlecht. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt eigentlich vier Cubes, ich sollte jetzt eigentlich vielleicht jetzt plus machen. Und ja, wir probieren auf jeden Fall mal jetzt hier erster Platz zu werden, denn, das wollen wir ja alle, dieser Crow nicht. Also, Leute, warum, warum spielt irgendwie gerade jetzt jeder Crow? Ich weiß es nicht, seitdem die neue Maps draußen sind, spielt jeder. Ist er, ist er jetzt Beta oder was ist da los? Okay, Leute, dieser Crow, der hat mich gerade nicht gehittet. Ah, der Crow hat auch nur 700 HP. Komm, nein, ich habe die Ulti verkauft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nein, da ist ein Edgar, da ist ein Edgar, Leute, das ist nicht gut. Ich habe gesehen, dass sie ihre Ulti bereit gemacht hat. Sie wird selber auf mich dann, Leute, ich sage es euch. Oh, lol, die jumpt auf den Crow. Das ist doch natürlich auch sehr schön. Äh, was, der Crow hat überlebt? Was, da war einfach eine Shady drin, Digga, was? Als ob, kurz geht raus. Äh, okay, komm. Komm, komm. Ja, lol, Showdown. Jetzt müssen wir nur noch probieren, erst mal. Wir können jetzt einfach schon aus dem Auto raus und das Video geht gerade erst seit 5 Minuten. Ja, Leute, es ist zwar ein bisschen schnell gegangen, aber jetzt können wir auf jeden Fall aus dem Auto rausgehen, Leute. Und ich würde sagen, Leute, ich nehme euch dabei mit, wie ich jetzt hier aus dem Auto rausgehe. Also, so als erstes müssen wir hier diesen Schlüssel nehmen, Digga. Denn, Leute, ich musste hier meinen Schlüssel reinstecken, habe ich gesagt. Weil hier die ganze Zeit dieser Alarm angegangen ist, musste ich die ganze Zeit diesen Autoschlüssel, musste ich ihn da lassen, damit das Auto so keinen Alarm macht. Aber jetzt können wir auf jeden Fall aus dem Auto rausgehen, Leute. Und ich würde sagen, ich genieße jetzt hier auf jeden Fall die Sonne. Boah, Leute, wir sind jetzt einfach mal aus dem Auto raus und ich sage es euch, meine Hände sind gerade über. Erfüllt voller Sachen. Und, Leute, würde ich sagen, das ist das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Leiter. Aber den nächsten Gästen, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und, ja, Leute, schreibt gerne auch in die Kommentare, wo ich als nächstes, äh, ja, Plotter spielen soll. Bis ich das erreiche oder so. Und, ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. 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 Ciao.